Judentag und herzlich willkommen zurück in Far Cry 4. Wir sind fast an unserem Ziel angelangt. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Wir sollen irgendeine Tür finden mit einer Fratze drauf. Hat Jogi Löw uns gesagt. Und ich würde einfach mal vorschlagen, das gucken wir uns jetzt mal gleich an. Zumindest gleich, wenn wir dann hier in der Nähe sind. Und zack, Wingsuit. Und dann fladert wir hier einmal im Kreis. Oh, da stürzt unser alter Vater sehr schnell ab. So, einmal so im Kreis. Und dann jetzt in die andere Richtung. Bisschen nach unten. Zieh. Und Gegenbau haben geklatscht. Toll. Naja. Oh. Ähm. Hi Jungs. Wo kamt ihr denn plötzlich her? Wie sie uns nicht gesehen haben, ey. Noobs. Und das wollen Jäger sein, ey. Ein Göffel. Der hatte einen Göffel dabei. Wie schön, ey. Wie schön. So. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir werden mal versuchen, ein bisschen vorsichtig hier durch die Gegend zu laufen. Ich sehe hier keine Fratze, ehrlich gesagt. Karlingas... Es ist Karlingaks Weisheit. Okay. Fähigkeiten. Wie viele Punkte haben wir denn? Zwei Punkte haben wir. Können wir irgendwas freischalten? Irgendwas Interessantes? Du plündest Gegner automatisch, während du einen Tickdown ausführst. Ist nicht so sinnvoll. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir nehmen einfach mal das hier jetzt. Noch ein Trühchen. Dankeschön. Äh. Ich nehme mal stark an, die muss ich rüberhüpfen, oder? Oder muss ich runter? Soll ich da rüberhüpfen? Okay. Nee, ich muss wahrscheinlich runter, ne? Warte mal. Ja. Sieht gut aus. Oh, cool. Tiefer kann ich nicht. Hier war Wasser? Das war Wasser? Ehrlich gesagt habe ich das Wasser nicht als Wasser erkannt. Komme ich da oben ran? Nee, aber hier kann ich klettern. Sehr gut. Jetzt komme ich da auch ran. Das ist ja cool hier, Mann. So ein bisschen Höhlenkletterei. Das ist mal was Neues. Wir kommen hier echt auf. Wir befinden uns hier auf Abenteuern. Das ist nicht zu fassen. Äh. Da oben hin? Jetzt muss ich irgendwo hinschwingen, denke ich mal. Einfach darüber. Nehme ich mal stark an. Höh. Oh, okay. Mit einem Mal war das wohl nix. Vielleicht ein bisschen länger noch. Ja, nee. Oh, nein, nein, nein. Oh, pff. Ach du Scheiße, ey. Fuck. Das war knapp. Alter Vater, war das knapp. So. Soll ich mal hier rüber? Koffer, das Ding bricht jetzt nicht, ey. Oh. Willst du mich veräppeln? Äh. Panik. Panik. Ey, ist gar nicht übertrieben, ja? Kann ich die looten? Nein. Gut. Okay. Dann gucken wir doch hier einfach mal weiter. Alter, wo sind wir hier denn? Alter Gebietsort, wie es aussieht. Wurfmesser. Voll. Siegt hier? Geld. Nächstes Tagebuch, sehr gut. Pfeiler habe ich auch nichts dagegen. Was ist das? Das scheint eine Karte oder die Rolle zu sein. Und mir liegt da auch noch was drin. Ach so, es sind auch Pfeile. Okay. Scheint nichts Interessantes zu sein. Okay. Wow. 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 Shangri-La. Drück den Mittler raus. Was ist... Okay. Schlechter können verschwinden, wenn sie angreifen. Also achte auf ihre Bewegung. Alter, es ist doch kalt mit einem nackigten Arm. Ich muss nur eins tun. Springen? Okay. 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 Und jetzt mal. Okay. Okay. So, okay. Dann genie. Okay. Okay. Das soll das Paradies sein. Sieht jetzt auf den ersten Blick ganz schön aus, aber... Okay. Shangri-La. Wir befinden uns in Shangri-La. Okay, das sieht geil aus. Das sieht. Ist das nicht immun gegen Leid, das Paradies? Schade. Ich habe gedacht, hier wäre es jetzt einfach schön. Was ist das? Ein Hirsch? Dies war ein Hirsch. Wow. Was sind das für Geräusche? Hm. Oh. Nee, ey. Alter, ist das schön. Also, das Blut nicht, aber das sieht voll gut aus mit dem Gold und mit dem Tiger am Gold. Mit dem Gold am Tiger so rum. Erkunde Shangri-La. Erkunde Shangri-La. Ich erkunde Shangri-La. Alter. Also, die Menschen sind immer wieder die, die hier Scheiße treiben. Die alles kaputt machen. Alter. Alter. Wir haben nicht von dieser Welt. Das darf nicht sein. Shangri-La muss für jeden zugänglich sein. Ganz klare Sache. Den Trip hier, den darf man niemandem verwehren. Wo sind die Dämonen? Wo? Freund. Okay, der Tiger hilft uns jetzt. Shangri-La, der Tiger. Ziele auf einen Gegner und drücke mittlere Maustaste, um ihn als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. Cool. Wer bist du? So, dann greif den doch mal bitte an. Wie cool. Wer sie einfach weghaut, ey. Aber es ist doch nicht anders verdient, die Säcke. Okay. Tiger sagt hier in die Richtung. Tiger sagt auch, dass er schon wieder jemanden... Oh. Oh. So, du lässt mir einen Tiger gefälligst in Ruhe, Freundchen. Oh. Oh. Ganz oben, wie es aussieht. Ja, da oben ist ein Dämon. Komm ich hoch? Da hinten sollen wir hin. Also können wir den eigentlich ignorieren, würde ich sagen. Mal schauen. Ich drehe die Mani-Mühlen. Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, macht immer alle. So, ich glaube, ein bisschen schnell einzukommen. Oh. Da sind einige. Huiuiui. Huiuiui. Okay, Tiger. Du haust mal bitte ihn da weg. Wieso guckst du denn jetzt in meine Richtung? Du hast doch gerade noch in die andere Richtung geguckt, oder? Und ihn auch. Shit. Ich krieg euch alle. Beziehungsweise wir kriegen euch alle. Ihr Arschlöcher, ey. Ihr blöden Arschlöcher. Huiuiui. Wo ist hier noch einer? Okay, ja, da hinten ist noch einer. Dann mach du das mal. Ich drehe mal eben die Mühle hier. Okay. Ich verteidige Shangri-La. Da bin ich voll auf der Seite von Shangri-La, aber ganz klar. Ich trefen. Danke. Ich tref. Oder? Ich tref.